Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zu diesem kurzen Giveaway-Video von Jurassic World Evolution. Heute verlose ich einmal das neue DLC, was am 10.12. rauskommt. Return to Jurassic Park heißt das Ganze. Das werde ich einmal verlosen. Was ihr dafür machen müsst, das verrate ich am Ende des Videos. Ja, das Ganze kommt am 10.12. raus. Das heißt, wenn ihr gewinnt, werdet ihr den Preis am 10.12. erhalten und zwar so schnell wie möglich von mir. Also ich werde dann zusehen, dass ich das euch so schnell wie möglich zukommen lasse, damit ihr das Spiel oder das DLC auch so schnell wie möglich spielen könnt. Im Hintergrund seht ihr schon hier den Developer-Livestream von Frontier bzw. Jurassic World Evolution. Der war nämlich heute um 13 Uhr und da haben die einige interessante Sachen gezeigt. Unter anderem haben die den Terrano dann nochmal so ein bisschen gezeigt, in-game, wie er da rumfliegt, den Comso Gnatus haben sie gezeigt und, und, und. Also werde ich auf jeden Fall morgen noch einige Videos zu machen, wo ich euch ein paar Infos gebe und sowas. Also checkt das auf jeden Fall ab. Falls ihr meinen Kanal noch nicht abonniert habt und das nicht verpassen wollt, dürft ihr ihn gerne abonnieren. Ist aber kein Muss, Leute. Ist alles freiwillig. Aber bevor wir jetzt hier uns das Ganze angucken, Frontier hat nämlich so ein bisschen dazu beigetragen, dass dieses heutige Giveaway stattfinden kann. Das werden wir gleich in so einer kleinen Mini-Reaction sehen. Also ich kenne das logischerweise hier schon, was passiert ist im Stream, weil ich den Stream geguckt habe. Aber wir schauen uns das jetzt gleich nochmal gemeinsam an. Zumindest die kurze Stelle, die dafür ausschlaggebend ist. Aber bevor wir das Ganze machen und in der Videobeschreibung ist der Kanal von Jurassic World Evolution verlinkt. Den dürft ihr gerne abonnieren. Das würden sie sich sicherlich darüber freuen und haben sie sich auch verdient, das liebe Jurassic World Evolution Team. Und auch dieses Video ist verlinkt. Das dürft ihr auch gerne liken, damit Jurassic World Evolution sieht, dass wir Bock haben auf das Spiel und mehr DLCs wollen. Ich weiß, ich sage es jedes Mal, aber kann ja nicht schaden. Und jetzt reacten wir mal so ein bisschen, wie dieses ganze Giveaway zustande gekommen ist. Ja, hier das ist sozusagen der Host oder der Moderator. Und hier links sitzen immer die Gäste. Die haben jetzt gerade über irgendwas vorher gesprochen. Ich weiß gar nicht mehr genau, was es gerade war. Aber er verabschiedet sich jetzt von ihm und kommt zu etwas ganz Besonderem. Ja, wir haben auch ein Giveaway heute. Habt ihr gehört, ne? 10. Dezember, wenn ihr gewinnt, ja? Ja, weil bei mir gibt es auch diesen Code zu verlosen. Habt ihr das gesehen? Das ist so witzig. Das ist so gemein. Er lässt ihn richtig ins Fettnäpfchen treten. Bereitet ihn nicht darauf vor und wie er sich freut danach. Das ist so lustig. Gucken wir in sein Gesicht. Jetzt gleich. Das ist richtig nice, wie er sich freut, dass er ihn genutzt hat. Nein, ich kann es nicht. Nein? Nein. Okay, all right, all right. Ich komme immer mit etwas stupides. Okay, well, look. Ich komme mit etwas stupides. Okay? Aber das ist auf dich. Ach so, was ich gerade gesagt habe, das Ganze ist auf Englisch logischerweise, aber wenn ihr nicht alles versteht, ist nicht so wichtig, ne? Leute, die machen gerade so ein bisschen Smalltalk darüber und er hat jetzt gesagt, er soll sich ein Wort ausdenken, was man sozusagen in den Chat schreibt dann, um zu gewinnen. Aber ihm fällt nichts ein, außer irgendwas Dummes. I'd like, I'd like to put in the chat, exclamation mark, Jurassic Park. One word. Oh, let's see. There you go. It was there, it was right there. It was hanging fruit. It was just like, we just did that one. There you go, we've taken that one. That's it. Also, Leute, ihr habt's gehört. Man musste für dieses Giveaway in den Chat schreiben. Das braucht ihr jetzt nicht machen in die Kommentare. Ausrufzeichen Jurassic Park, ihr seht's ja schon hier rechts. Ich hab das Ganze auch gemacht, allerdings auf Twitch, weil ich auf Twitch geguckt habe, weil ich immer so ein bisschen das Gefühl habe, dass auf Twitch die Qualität besser ist bei solchen Streams und ich das Ganze nebenbei aufgenommen habe. Falls irgendwie schönes Videomaterial zustande kommt, woraus ich ein schönes Infovideo für euch machen kann. Ist aber nur eine kurze Info, die ist jetzt gar nicht so wichtig. Wir spulen jetzt mal vor, also das Giveaway wurde jetzt sozusagen gestartet. Dann kann einmal kurz dieser Trailer, den wir schon kennen. Und dann kamen sozusagen hier neue Gäste an den Start. Da haben wir einmal irgendeinen Entwickler, glaube ich, und eine Artist-Designerin oder sowas. Die stellen sich dann vor und dann wird gleich das Giveaway aufgelöst. Und auch einfach nur ein Artwork, um das zu bestellen, wie es sein kann. Ja, absolut. Amy, wie geht's dir? Ich bin ein Animator, also ich animiere Dinosaurier. Day in, day out. Das ist großartig. Es sind Traum-Jobs, oder? Ja. Es muss Traum-Jobs sein. Was ich nochmal dazu sagen muss, was mir immer auffällt in diesen Streams von Jurassic World oder von Frontier an sich, die haben immer mega sympathische Leute da, oder? Also richtig krass, nicht schlecht. Also für das Unternehmen würde ich gerne arbeiten. Ich liebe immer Dinosaurier, also ist es wirklich gut. Es ist großartig für mich. Und so habe ich. Ja, das ist großartig. Steven, unser Engineer, hat mir den Winner gezeigt, wie ich es ist. Steven hat ihm den Winner gezeigt, Leute. Und wir haben mitgemacht im Twitch-Livestream. Drückt uns die Daumen. Drückt die Daumen, Leute. Effort. I've got terrible eyesight and can't read it. The Dandyman. The Dandyman on Twitch. The Dandy. Has won a code. Has won the first code. Dandy. For Jurassic World Evolution. Leute, es ist so lange her, dass ich was gewonnen habe, ne? Und ich habe das so nebenbei geschaut. Und ich habe mich so gefreut. Ich habe mich erst mal voll gewundert so. Und dann habe ich mich mega gefreut irgendwie. Also ich habe gar nicht damit gerechnet. Das war ein ganz tolles Gefühl. Ich spune nochmal zurück. Muss man genießen, Leute. The Dandyman. The Dandyman on Twitch. The Dandy. Has won a code. Has won the first code. Jetzt gerade auf YouTube. For Jurassic World Evolution. Return to Jurassic Park. The Dandyman. If you get in touch with us at community at frontier.com. Okay, jetzt hat er mir noch so ein bisschen die Kontaktdaten gesagt, wie ich die kontaktieren muss und sowas. Habe ich auch alles schon gemacht. Und ich bekomme dann hoffentlich den Code von Frontier beziehungsweise Jurassic World Evolution am 10.12. Ich werde den dann sozusagen an euch weiterleiten, weil ich werde das Ganze dafür an euch verlosen. Also ich habe es jetzt sozusagen gerade gewonnen. Und dafür werde ich dann für euch auch einmal diesen Code verlosen, weil ich es jetzt einmal sozusagen zusätzlich bekommen habe. Ist, denke ich, eine coole Sache. Ich habe mich mega gefreut darüber und jetzt kann ich hoffentlich einen von euch glücklich machen. Und alles, was ihr dafür tun müsst, unten in die Kommentare, einmal Ausrufezeichen Jurassic Park zusammengeschrieben. Bringt auch nichts, wenn ihr das öfter schreibt oder sowas. Einmal reicht völlig aus. Und ich werde das sowieso, also ich ziehe das immer mit so einer bestimmten Internetseite raus, also den Sieger sozusagen. Und der filtert sowieso duplizierte Antworten. Das heißt, ihr werdet immer nur einmal gewertet. Also es bringt nichts, wenn ihr das spammt oder sowas. Ja, viel mehr müsst ihr gar nicht machen. Und wichtig ist, dass ihr Jurassic World Evolution für den PC besitzt und dass ihr das Spiel natürlich besitzt. Ansonsten bringt euch natürlich der Preis hier gar nichts. Ist halt das DLC Return to Jurassic Park, was ich verlose. Das Ganze kommt dann am 10. raus und dann werdet ihr auch den Preis kriegen. Und viel mehr habe ich euch gar nicht mitzuteilen. Ich habe mich mega darüber gefreut. Hat mir richtig, richtig Spaß gemacht, das zu schauen. Und war ein richtig toller Moment, mal was zu gewinnen. Ja, ansonsten wünsche ich euch noch einen angenehmen Abend. Macht's gut, haut rein. Euer Dandi.